Okay, sehr gut. Dann sind wir insgesamt bei 47,38. Sammeln Sie zufällig Payback-Punkte? Ähm, nee, leider nicht. Schade. Ich hab das immer noch nicht verstanden. Was bringen denn jetzt eigentlich diese Punkte? Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich nur leider nicht beantworten. Ich weiß selber nicht mehr, was das ist. Und wieso fragen Sie mich danach? Weil mein Chef mich dazu zwingt. Ich hab keine Wahl. Sehr geehrte Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Naja, genauer gesagt für die hübsche Blondoner mit dem roten Sommerkleid. Lass Sie als erstes durch. Danke. Hi, wie geht's? Du bist öfters hier, kann das sein? Äh, ja, wegen meinem Freund. Der wohnt hier gleich um die Ecke. Okay, gut. Alles klar. Die kriegst du einmal wieder. Das stornieren wir hier einmal. Und du kannst auch mal wieder rüber zur Kasse 2 gehen, okay? Danke. Sehr geehrte Kunden, wir schließen Kasse 3 auch schon wieder. Sie hat leider einen Freund. Das wird heute nichts mehr. Danke. Danke.